Ja, hallo Leute, heute mal so gesagt im kleinen Vlog und zwar geht es darum ich möchte, dass ihr mich fragt, also das ist jetzt eine neue Rubrik von meinem Kanal und zwar habe ich die Idee von Fingerscape Selective bekommen, ihr kennt sicherlich den Kanal und ja ich möchte ihn jetzt nicht komplett nachmachen oder so und zwar möchte ich, dass ihr mir Fragen stellt zu Fingerballing über Marken, über Fingerballing Fingerboard Fragen, also äh, also ich meine jetzt so sag ich mal wie teuer ist das Fingerboard oder wo findet das nächste Event statt oder was ist in meiner Nähe los gibt es, ja äh, ich sag mal für allgemein alle Fragen zu Fingerboarding und ich hoffe, also ich möchte, dass ihr die mir stellt und ich werde die beantworten oder versuchen zu beantworten ähm, also, ähm, also sehr detailliert zu beantworten und, ähm, ja ich hoffe, dass es gefällt euch und ähm, wenn wir, schreibt mir die ähm, Fragen in die Kommentare oder, hm, ja oder als PM, ne ja ja, was kann ich noch dazu sagen also wirklich, also, sag ich mal, Fragen ich, ihr könnt natürlich auch allgemeine Fragen ich sag mal ja, das fängt ja auch nicht an, aber jetzt nicht Fragen, die ihr auch sag ich mal, sag ich mal, irgendwie auf Facebook oder so also, ich sag mal wirklich Fragen, die euch jetzt, ähm, also sag ich mal, normale Fragen jetzt nicht so ja, wie, äh wie bestellt man ein Fingerboard jetzt nicht sowas oder, also jetzt sag ich mal wo bestellt man ein Fingerboard Preis-Leistungs-Verhältnis und, äh, ja, da werde ich euch schon natürlich helfen so eine Frage meine ich und ich hoffe, dass es gefällt euch denn, ich hoffe, stellen mir viele Fragen und dann ich sage immer, jeden Tag wird ein Video zu den Fragen kommen also Daily Vlogs haut rein und dann, ich sage dir,